hallo liebe leute und willkommen bei dem server hypixel darüber mache ich aktivitäten zum beispiel die themen der spiel welche welche 2-1 okay 2-1 ja das hat ich nicht mal gesehen ja nein da weg ja warte da kommt es wie ein piebel doch scheiße das geht nicht das ist lieber weil die IP drauf ist du musst immer sagen welche Daten okay 5-0 5-0 wo bist du? wo stelle ich mich? ja ich weiß na fack ich wollte was meinst und der 5-0 ne wie viel ist denn da drin? sind ja 2 drin 5-1 ah ja hier bist du drin? ja ah ich bin hier oh ist es hier hier er nimmt doch nicht auf noch nicht mach du mal auf du mal aufnehmen das geht ja mal gar nicht sag dir mal eine Frau das geht ja mal gar nicht sagte der Mann wieso? sagte die Frau ich habe keinen gesehen ich habe gar nicht gesehen wie die ganzen leuten ja man bei Gombel war es auch immer so die Gombel hat die Gombel hat auch schon geschafft die Gombel hat auch schon geschafft die Gombel hat auch schon geschafft jetzt nicht unten er ist nur eine Ebene in der Runde gefallen ich bin tot voll getötet mach einfach den Engel aber warum war längst bei mir ne da ist jetzt nur ein anderer Arsch bei mir längst auch ein bisschen mal so jetzt sind die die Städte nachdem ab ich bin schon wieder woanders Kackbohnen Köln 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 Letzte Ebene Oh! Finale! Er ist leider neu. Oh, die Runde läuft neu. Null gut, Alter. Die Runde läuft sehr gut. Die beste Runde, die ich hatte. Alter, bist du immer noch? Du hast aber nur angefangen. Nein! Nein, jetzt bin ich tot! Nein! Nein! Ach, meh! Ja, okay. Also, tschau, liebe Leute! Tschau!